Ja, moin moin und madaman lieben Freunde. Da wollte ich gerade mein Video anfangen und mit euch über eine WhatsApp-Nachricht und den Trailer zum Podcast von Mimon und dem Frankengamer sprechen. Da kommt gerade noch eine brandheiße News reingeflattert, die ich euch natürlich gleich auch mitteilen werde, denn es gab eine Hausdurchsuchung bei Klonter. Und zwar aufgrund einer Anzeige von Rainer und wenn ich euch gleich den Grund dazu nenne, warum diese Anzeige läuft, dann werdet ihr wahrscheinlich auch aus allen Wolken fallen. Wir können ja auch gleich mal mit dieser Story hier anfangen, weil mich das wirklich so ein bisschen schockiert hat, was hier schon wieder los ist. Also, gestern Abend am Sonntag hat Klonter angefangen zu streamen und scheinbar, ich glaube, das müsste so gegen 6 Uhr dann heute Morgen gewesen sein, also am Montagmorgen, stand die Polizei bei ihm vor der Tür und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Computer mitgenommen, Handy mitgenommen, USB-Sticks und so weiter, halt alle Datenträger, die sie finden konnten. Wie das halt bei einer normalen Hausdurchsuchung so ist. Nun war jetzt mein erster Gedanke, nochmal eine Hausdurchsuchung bei Klonter? Da war doch schon mal eine wegen dieser Lagergeschichte. Wieso denn nun nochmal eine? Denn, soweit ich weiß, ist ja diese Lagergeschichte eigentlich jetzt eingestellt. Und es stellt sich dann heraus, dass es einen Beschluss für die Hausdurchsuchung aufgrund von Kipo gab. Also ein ganz anderes Verfahren, das, wer hätte das natürlich vermuten können, aufgrund von einer Anzeige eines Herren aus Zobes gestartet wurde. Und wenn ihr denkt, es könnte gar nicht mehr abstruser werden, wisst ihr, was Rainerle da angezeigt hat? Dass Klonter in seinen Videos eine von Rainer Schmuddel-Geschichten vorgelesen hat. Nämlich diese Kindermädchen-Story, wo Klonter Ross zitiert hat in einem Video von Januar 2023. Das hat Rainer angezeigt als Veröffentlichung von Kipo. Nochmal, Rainer, der Autor dieser Geschichte, hat das angezeigt. Macht euch das mal klar. Nicht wegen Urheberrecht oder irgendwas, das irgendwie seine Rechte dann beeinträchtigt. Sondern Rainer hat bei der Polizei das angezeigt, weil Klonter sich in seinem Video darüber aufregt, was für kranke Fantasien Rainer da zu Papier bringt. Und wenn Klonter das zitiert und vorliest und sich darüber aufregt, wird er vom Ersteller dieser kranken Fantasien angezeigt, wegen Verbreitung von Kipo. Nicht mal YouTube sieht dieses Video als sperrwürdig an und die sperren ja sofort alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Und bei so einer Story kippe ich schon wieder aus den Latschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hierbei kann man das natürlich aber auch mal andersrum sehen. Denn wenn Rainer das sieht, dass das Kipo ist, was Klonter da vorliest, dann outet sich Rainer als Ersteller von diesen Werken ja selber als Autor von Kipo. Nur um das mal klar zu machen, wie verwirrt dieser Gedankengang von Rainer ist, dass er es anzeigt, wenn seine Storys vorgelesen werden, aber halt nicht wegen Urheberrecht, sondern weil er der Meinung ist, hier geht es um verbotene Sachen. Diese Logik muss man sich mal wirklich geben. Ich meine, wir wissen ja auch alle, wie das bei Rainers Story im Mittelalter ausgegangen ist, diese Prima Noctis-Geschichte. Da war ja auch eine Hausdurchsuchung, dann wurden Rainers Sachen mitgenommen, weil es dann hieß, ja, wir schauen da mal drauf. Dann wurde gar nicht drauf geschaut. Und im Endeffekt wurde gesagt, ja, ist ja eine erfundene Story und dann gab es die Sachen zurück. Und bei Klonter geht es ja nochmal einen Schritt weiter. Er ist ja nicht der Autor dieser Story, sondern er kritisiert in seinem Video diese Story, die Rainer geschrieben hat. Also ich denke, diese Sache wird wahrscheinlich ziemlich schnell wieder eingestellt werden oder zumindest von ein paar Polizisten mit Realitätssinn dann so schnell bearbeitet werden, dass da im Endeffekt dann nichts bei rumkommt und die dann schnell merken, dass diese verbotenen Sachen natürlich nicht von Klonter, sondern von Rainer kommen. Aber ich muss euch das nochmal sagen, ich komme da nicht drüber weg, dass Rainer wegen seinen Geschichten nun Anzeigen wegen Kipo macht. Das muss man sich wirklich mal geben und mir fehlen da wirklich die Worte. Das nur auf jeden Fall mal zu eurer Info. Ich werde die Tage nochmal mit Klonter sprechen und dann können wir das vielleicht auch als Interview hier auf dem Kanal bringen, was da jetzt genau passiert ist. Denn, also ich finde das schon ein Hasestück, dass wenn man über die Taten von Rainer aufklärt und Leuten versucht klarzumachen, dass dieser Mann mit seinen Geschichten gefährlich für Kinder sein kann, was man ja auch zum Beispiel an der Anzeige der Nachbarin und dem dreijährigen Kind sieht, dann ist man für die Polizei im Endeffekt der Dumme, weil Rainer meint, seine Anzeigen rausschmaßen zu müssen, wie es ihm gerade so in den Sinn kommt, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Unfassbar, das alles. Aber ihr wisst jetzt erstmal Bescheid und ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, sobald es da irgendwas Neues zu gibt. Na okay, jetzt lasst uns mal weitergehen zu einer WhatsApp, die von diesem Herren hier nämlich kommt, der aufgrund seiner Anzeige dann ja jetzt als Kipo-Auto bezeichnet werden kann. Und da gab es einen anderen netten Herren, der ihm mal ein paar nette Worte dagelassen hat und meinte, er wollte dem Raini mal einen guten Rat geben, dass er doch irgendwie sein Leben in den Griff bekommen sollte. Wir lesen uns das mal kurz vor und hören natürlich auch mal die Antwort von Raini. Zitat Im Leben schaden wollen habe ich nie irgendwas in deine Richtung gemacht oder war vor deinem Haus. Ich gebe dir lediglich den Ratschlag, auf deinen Körper zu achten und etwas aus deinem Leben zu machen. Die meisten anderen Menschen in deinem Alter sind ja verheiratet, haben Kinder und ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Was davon hast du? Nichts. Dein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen, Kollege. Mit freundlichen Grüßen. Ja, ihr seht also, es gibt immer noch Fanmanagement vom ehemaligen YouTuber und ich finde es ganz schön, wenn er seinen Fans doch immer noch ein paar Worte zurückschreibt. Ist ja auch nicht so, dass er es irgendwie abflachen lassen möchte und deswegen versucht er sich da zurückzuhalten. Nee, nee. Er feuert da gleich wieder gegen. Ein Grund, warum er an dem Tag vielleicht nicht allzu gute Laune hatte, war vielleicht der, dass an dem Tag, also am 10.8., sich er ein ganz besonderer Jahrestag wiederholt hat. Nämlich die Löschung seines YouTube-Accounts und den Permabann auf YouTube. Hey Raini, dazu nochmal alles Gute. Das war ja dieser Tag, an dem du eigentlich hättest dein Leben umkrempeln können, um noch irgendwie was zu retten. Aber gut, wir wissen ja, danach ging dann die TikTok-Staffel los und naja, nun auf Bürgergeld in der sächsischen Provinz. Ja, mit Essenspaketen von Freunden. Vielleicht nicht ganz der richtige Weg. Aber gut, vielleicht wird es ja demnächst mal besser. Und apropos Essen und Essenspakete. Wir können uns jetzt gleich mal den Trailer anschauen, vom neuen Podcast zu Mimon und dem Frankengamer. Ihr wisst, der Frankengamer ist der ehemalige Freund von Raini, der ihr einige Monate bei sich hat wohnen lassen. Und die beiden nehmen jetzt einen Podcast auf. Wo es zum Beispiel auch darum gehen soll, was für Unsummen Raini in einer Woche für Lebensmittel ausgegeben hat. Und zu diesem Podcast gab es jetzt einen Trailer. Und den wollen wir uns gleich mal zusammen anschauen und dann besprechen wir den natürlich auch. Soweit ich weiß, kommt Teil 1 von diesem Podcast wahrscheinlich schon heute Abend oder zumindest jetzt in den nächsten Tagen. Und ich verlinke euch den Kanal natürlich dazu auch. Und im Trailer schauen wir uns jetzt mal an und dann besprechen wir mal, was wir da gehört haben. Also der Polizist hat hier sozusagen geraten, aus der Wohnung zu werfen. Richtig, richtig. Krass. So wie du es uns damals erzählt hast, wollte die Polizei ja wissen, wer Black Rose ist. Genau. Ja, und wer war Black Rose? War er, freut mich. Hat er ja vor der Polizei zugegeben, dass das eine fiktive Person aus seinem Kopf ist? Also die Sauna gab es wirklich? Ich dachte immer, der spinnt rum. Nee, nee, die gab es wirklich. Und an den einen Abend, wo wir ihn da reingefahren haben, wo das da mit dem Hausverbot war, wo er dann rausgeflogen ist, hat er ja den Besitzer gedroht. Er hat ja so eine große Reichweite und er könnte das innerhalb von Minuten dafür sorgen, dass praktisch die Bewertungen so schlecht sind. Krass, Alter. Also so im Endeffekt den Film, den er jetzt bei dir macht. Genau. Entweder gibst du mir 30.000 Euro oder ich schicke Reporter zu dir nach Hause. Genau, ja, richtig, richtig. Krass, Alter. Ja, und den wahren Grund, warum er da rausgeflogen ist, ja, den hat er wahrscheinlich auch noch nicht erzählt, aber mir hat er ihn erzählt. Es kam wohl dazu, angeblich sagt er, dass es jemanden gab, der wo etwas gröber angefasst worden wollte. Aber so wie sich das dann rausgestellt hat, wollte der Typ das gar nicht. Und ist dann eben auch den Besitzer gegangen, wollte sich dann praktisch beschweren über ihn. Und der Besitzer ist dann hergegangen und hat ihm dann ein Hausverbot gegeben. Junge, das hört sich, also für mich, hört sich das nach einer versuchten Vergewaltigung an, Alter. Ja, ich weiß ja nicht, was da drinnen vorgefallen ist. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, ist der Typ dann direkt zum Besitzer gegangen, hat sich dann über einen Reiner beschwert. Und der ist kurz an der Hergang, hat ihn rausgeschmissen und hat ein Hausverbot gegeben. Okay, also alles mal nacheinander. Zuallererst dieses Bild hier. Das blende ich euch nochmal in groß ein. Was um alles in der Welt sehen wir hier? Zum Vergleich, Franken Gamers Frau, die die Hose da nach dem Waschen in die Luft hält, hat eine normale Größe, ist also nicht irgendwie extrem klein oder so. Aber gut, zumindest gut, dass sie das im Keller fotografiert hat, denn wenn sie das wahrscheinlich hätte draußen trocknen wollen, hätte sie Angst haben müssen, dass sie wegfliegt, wenn ein Windstoß diese Zeltplane erfasst hätte. Also junge, 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 was ein Monster aller. Okay, dann aber mal weiter. Die beiden reden ja über die Sauna von unserem Rheini. Und ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern, dazu gab es damals ja, als dieses Hausverbot gekommen ist, dieses Statement hier auf Rheini Schmuddelkanal, dass die Sauna ihn ja ungerechtfertigt da rausgeschmissen hat und Hausverbot erteilt hätte und er sich ja nie was zu Schulden hat kommen lassen und die nur vor den Halern eingeknickt sind. Ich habe damals ja schon gesagt, dass ich nirgendwo was mitbekommen habe, dass da irgendjemand da Stunk gemacht hätte oder da irgendwas an der Sauna vorgefallen ist von Seiten der Kritiker. Und nun haben wir auch die Auflösung dafür. Er hat sich dort übergriffig verhalten und ist nach einer Beschwerde von einem anderen Herren rausgeflogen und hat ein Hausverbot bekommen. Und nun überlegt euch das einmal. Das ist ja eine Sauna, wo sich Leute treffen, um zwischen Männern halt Spaß zu haben. So weit, so gut. Kann ja jeder machen, wenn er das möchte. Und selbst da verhält er sich nicht angemessen und übergriffig. Ich meine, wenn selbst die Leute, die auf der Suche nach Sex in so einen Saunaclub gehen, sagen, Reini verhält sich da unangebracht. Ja, dann sollte es mal einen zu denken geben, was an seinem Verhalten denn da falsch läuft. Das fand ich schon ein hartes Stück, dass er da aufgrund seiner eigenen Übergriffigkeit rausgeflogen ist, weil sich andere Gäste über ihn beschweren. Na gut, dann hören wir noch, dass Reini die Black Rose erfunden hat. Wer hätte das denn ahnen können? Ja gut, wir wussten das natürlich sowieso schon alle, aber dass die Polizei natürlich wissen wollte, wer das ist wegen seiner komischen Geschichte mit den nackten Kindern auf dem Sofa, die er da über Black Rose geschrieben hat, ja, kann man natürlich verstehen. Und ja, dann muss er natürlich zugeben, dass seine ganzen Storys alle nur erfunden waren, die er da im Internet immer als seine Erlebnisse verkaufen wollte. Also ich muss sagen, ich bin auf den Podcast wirklich gespannt. Ich verlinke euch natürlich Mimons Kanal, wie gesagt. Und ich werde den Podcast auch ein paar Tage danach mal hier besprechen. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch ein Bild vom Franken-Gamer zeigen, was er freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Denn der Franken-Gamer hat auch geholfen, das alte Haus am ASB 8 damals auszuräumen, als der Auszug vor der Tür stand. Und da hat er wohl auch Fotos gemacht, wie es da kurz vorm Auszug aussah. Und eines davon blende ich euch jetzt mal ein. Und ihr seht schon, es handelt sich um die Küche. Und ich möchte einfach mal, dass ihr dieses Bild so ein bisschen auf euch wirken lasst. Einfach mal wie auf so einem Wimmelbild überall hinschauen und man findet immer neue Sachen. Wie zum Beispiel dieses schwarzverkohlte Backpapier auf dem Boden, welches nur Pizzen gesehen hat, wenn man sich diese runden Farbunterschiede anschaut. Oder auch vieles anderes. Ich würde mal sagen, wenn das der Rudi sehen würde, ja, dann würde der Hammer wieder kreisen. Naja gut, das soll es dann für das Erste auch wieder gewesen sein. Sollte es irgendwelche Neuigkeiten geben, werde ich die natürlich hier sofort wieder besprechen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video sage ich Mad Love, meine Freunde. Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofen Käse hier.